Die Website der königlichen Familie hat Kontroversen ausgelöst, als sie die Namen von Archie und Lilibet von der Gästeliste für das traditionelle Weihnachtsessen auf Schloss Windsor entfernte. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Meghan Markle einmal mehr ihre Unzufriedenheit mit der königlichen Familie zum Ausdruck bringt. Sie hat beschlossen, ihre Kinder Archie und Lilibet nicht an der jährlichen Weihnachtsfeier teilnehmen zu lassen, bei der sie sich mit ihren Cousins Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis getroffen hätten. Dieser Vorfall ist nicht der erste Konflikt zwischen Meghan Markle und der königlichen Familie und ihren Traditionen seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018. Ihre Handlungen haben eine Reihe von Skandalen und Kontroversen ausgelöst, die sich negativ auf ihren Ruf und die Einheit der Monarchie ausgewirkt haben. Die Vorwürfe reichten von der Schikanierung des Palastpersonals über die Manipulation ihres königlichen Staates aus kommerziellen Gründen bis hin zur Verbreitung unrichtiger Informationen über die königliche Familie. Ein bemerkenswerter Moment war ihr aufschlussreiches Interview mit Oprah Winfrey, in dem sie sich von ihrer eigenen Familie distanzierte, insbesondere von ihrem entfremdeten Vater Thomas Markle, mit dem sie seit der Hochzeit nicht mehr gesprochen hatte. Es folgten rechtliche Schritte, als sie mehrere Medien verklagte, weil sie Auszüge aus einem privaten Brief veröffentlicht hatten, den sie an ihren Vater geschrieben hatte und in dem sie sich auf Datenschutz- und Urheberrechtsverletzungen berief. Meghan Markle's Entscheidung, Archie und Lilibet von der königlichen Familie fernzuhalten, wurde von vielen als ein Akt der Arroganz und Egozentrik empfunden. Kritiker argumentieren, dass sie ihren Kindern die Möglichkeit verweigert hat, mit ihren Verwandten in Kontakt zu treten, etwas über ihre Herkunft zu erfahren und ihre Kultur anzunehmen. Einige königliche Experten vermuten, dass ihr Beweggrund für diesen Schritt darin besteht, der genauen Prüfung und Kritik seitens der britischen Öffentlichkeit und der Presse zu entgehen, die ihr gegenüber immer feindseliger geworden sind. Darüber hinaus wurden Meghan und Harry wegen ihres opulenten Lebensstils in Kalifornien kritisiert, wo sie in einer 14 Millionen Dollar Villa wohnen und lukrative Verträge mit Netflix und Spotify abgeschlossen haben. Dies führte zu Vorwürfen der Heuchelei, da sie sich für ökologische und soziale Belange einsetzten, während sie häufig in Privatjets reisten und rechtliche Schritte gegen die Medien einleiteten. Es gibt auch zahlreiche Spekulationen darüber, dass Meghan Markles Handlungen darauf abzielen, eine weitere Distanz und Spannung zwischen Prinz Harry und seiner Familie zu schaffen, die sie als Bedrohung ihres Einflusses und ihrer Kontrolle über ihn empfinden könnte. Angeblich habe sie ihn von Freunden und ehemaligen Kollegen isoliert und ihn dazu ermutigt, seine königlichen Pflichten und Titel aufzugeben. Es gibt Gerüchte über ein bevorstehendes Mem-Warenwerk von Prinz Harry, das viele Geheimnisse und Missstände über die königliche Familie enthüllen soll. Was auch immer die zugrunde liegenden Gründe sein mögen, Meghan Markles Weigerung, am Weihnachtsessen der königlichen Familie teilzunehmen, unterstreicht ihre anhaltende Verachtung und ihren Mangel an Respekt gegenüber einer Institution, die sie einst willkommen geheißen und ihr eine privilegierte Stellung eingeräumt hat. Es unterstreicht ihre offensichtliche Missachtung der Gefühle und Wünsche der Königin, trotz der Großzügigkeit und Rücksichtnahme der Königin gegenüber Meghan und Harry. Darüber hinaus wirft es Fragen zum Wohleigen ihrer Kinder und ihrem Recht auf engere, liebevollere Beziehungen zu ihrer Großfamilie auf. In den Augenfehler hat sich Meghan Markle erneut als ungeeignet für das königliche Leben erwiesen, da sie ihre persönlichen Ziele und ihren Ruf über das Vertrauen und die Loyalität der königlichen Familie und des britischen Volkes stellt. Ihre Taten haben das Image und den Ruf der Monarchie geschädigt und sie eher wie eine Dive als wie eine Herzogin erscheinen lassen.